So, du positionierst dich hier, und du posi- ne, blau dich lässt es bitte an, positionieren sollst du dich. Ähm, kannst dich hier positionieren. Gewaltverbrechen, häusliche Gewalt. Ui, ui, zwölf FPS, ui. Oh, LKW. Ähm. Ich drehleite den daneben, hätte ich gerne. Äh, fahren wir da weg bitte. Alter, zwölf FPS. Was geht? Alter, zwölf FPS. Ah, jetzt ist wieder besser. Festnehmen. Hol ich mir den einfach mal, wenn die Bereitschaftspolizisten... Haben die überhaupt ne Waffe? Ich glaub nicht, ne? Ich bring den jetzt fest. So, bring den nach da. Gut, rausgeschnitten ist er. Der fährt da hinten seine Runde. Den kann ich jetzt noch nicht einsetzen. Hören wir mal jetzt bitte Kettensäge. Du versorgst den, wie willst du dein Ding zurück? Kann ich den zersägen? Ne. Du installierst deine... Deinen Kran, bitte. So, der ist da. Absitzen. Zwei Mann, PA. Einer holt sich schon mal einen Schlauch. Standardprozedur kennt ihr ja schon, wisst ja, wie wir es tun. So, nach hier gehen wir noch da so um etwa. Fahrzeug 6. Ihr beide holt euch einen Schlauch. Du legst deinen hin. Ähm... Du holst dir Wasser von da und du gehst schon mal anschließen und du gehst die Pumpe starten. Das hört sich doch schon mal nach dem Plan an. Du gehst nach da, um zu verändern, dass es sich weiter ausbreitet hier. Und du gehst bitte nach oben da zu verändern. So, dann brauch ich hier noch einen Strahl... Obwohl, den kann ich eigentlich auch hier drüben nehmen. Einmal rüberbrennen. Fahr'n wir da lang. Bin unterwegs. Geht das? Jo, geht. Bin unterwegs. Dankeschön. Gut, du... Ah, bitte den Baum anheben. Muss ich denn auch abschli... Hallo? So weit weg, oder was? Gut, denn, äh... Deinstallier dich mal. Fahr' ich halt mit dem hier ein Stück vor. Schon unterwegs. Soll ja nicht das Problem sein. Ja? Schon unterwegs. Nein, 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 nein. Oder du postierst dich mal hier. Und du fährst mal ein Stück vor. Bin unterwegs. Höre. Aber scheinbar... Weiß ich nicht. Mal sehen. Höre. Ohne den bitte. So. Äh, du kannst mal mal hier herkommen. Ja, auf dem Weg. Und ich kann mal den Busch sprechen. Kann ich den eigentlich... So, ich würde den da jetzt gerne wegheben. Mal sehen, ob das klappt. So, du da rein und du Status 2. Na, endlich. Soll ich das nicht? Achso, ich sollte auch an... Jawohl. Hä? Achso, hä hä, ich brauche einen Schlauch. Ich bin ein Held. Ja, schon unterwegs. Und ich wollte nämlich... Hä, wieso funktioniert das nicht? Wieso geht halt nicht? Aber wenn das so ist, freue ich mich auf uns nicht. Zack. Auf dem Weg. Sehr schön. So, hebt mal an. Guck mal, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, das ist ein schönes Foto hier. Kneps. Ah, wenn das das Thumbnail geworden ist, könnt ihr davon ausgehen, dass ich die Stelle gefunden habe, die hier. So, jetzt ist die Frage, wie klee ich den Baum weg, ne? Kann ich den jetzt zersägen? Nö. Kann ich den jetzt abtransportieren? Guck mal, wir reden. Red mal um den Baum. Ne, hebt den mal an und leg den mal noch ein Stück weiter rüber. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, auf dem Weg. Ja, der Baum kann auch nicht gucken, du Held. Ist das geil. So, wo ist denn... Ach, da ist er. Soll ich den jetzt einfach bloß... hier so ablegen, damit er nicht auf der Straße liegt. Gehweg ist ja an sich egal. Und da passt er es auch. Gut. Da stört er keinen. Sollte passen. So, fahr mal hier rum. Schon unterwegs. Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Ist der... Warte mal. So, ja, den kann ich den noch nicht sehen. Ähm, geht nicht. Und der andere ist... Doch, der andere ist da. Ich fahr gerade so, wenn der andere ist draußen. Was war's? Kreislauf. Herzinfarkt. Herzinfarkt, Herzinfarkt, Herzinfarkt. Notaufnahme, Notaufnahme, Notaufnahme. So, drei. Aber das ist Mev. Und Christoph. Christoph, Christoph. Geht über die vier. Christoph hätte ich auch gerne. Mal sehen, wer schnell da ist. So, ihr beide Minus und Minus. Du kannst schon mal am Auto Minus machen. Minus. Du legst den ab. Hallo, Minus. Danke. Wo ist er denn? Kein Plan. Da ist er. So, der ist versorgt. Achso, der braucht einen Notarzt, ne? Hö, hö, hö. Schwer verletzt. Ach, du Scheiße. Christoph. Du fliegst, ähm, den hier ins Hochschulkrankenhaus. Ähm, ich brauche hier dringend Polizei. Du, bin unterwegs. Auf dem Weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Christoph landet hier auf der Kreuzung. Wird in. Ne, Christoph landet auf dem Schulhof. Bin unterwegs. Christoph landet definitiv auf dem Schulhof. Bin unterwegs. Ja. Ich brauche Christoph lieber hier als hier oben. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Ich versuch dir den noch so, wie es geht, frei zu machen. So, weg, weg, weg hier, Leute. Wird gemacht. Weg, weg, weg. Auf dem Weg. Los geht's. So, landet Platz frei gemacht. Kann's kommen, Christoph. So, nur das ist vor Ort. Wird ein bisschen dichter. Auf dem Weg. Ein bisschen schneller dichter. Okay, bringt nichts. Absetzen. Ja. Ach, das ist ein sehr vorsichtiger Platz. Der fährt nicht gerne so schnell. So. Na, zu schnell fahren ist ja auch nicht gut, aber trotzdem. So. Du. Trage. Du. Notfallkoffer. Das ist jetzt der Aktionplatz, also. So, dann kommt noch über den Weg. Da geht's nicht lang. Ah, Lady, Lady, Lady. Kannst mal deine Kettensäge zurücklegen. Okay, brauche ich nicht zurücklegen. Hm? Gut, ihr könnt, ähm, du, jetzt den hoch und minus. Oh, das lassen wir da so stehen, oder was? November. Einmal die Streife. Fahrzeug 6. Start dazu. November. November. Einmal bitte zwei. November. So, einmal bitte zwei. Ja, den Weg. Einmal die noch da, noch da. Bin auf dem Weg. Hier erstmal drüber zu kommen. So. Wir fliegen. Let's go. Turbinen starten. Bahn laufen lassen. Ja, wir rücken ab, ne? Jo, jo. Gut. Auftrag abgeschlossen. Wir können allesamt einrücken. Du holst dir den. Und du machst Status 1. Und Route 1. Gleich jetzt. Schließe ich jetzt einfach mal so. Du kannst auch schon mal Route 1 startklar machen. So, der ist auch gleich da. Du kannst auch schon mal wieder aufsitzen. Wird umgehend durchgeführt. Du auch. 26. Und dann. Genau. So. Intensivbett und los geht's. 26. Danach muss Christoph gleich wieder hierher kommen, wenn er den abgeliefert hat. Oder? Ja. Nee, wir fahren. Wir fahren. Hopp, hopp, hopp. Wir fahren. Ja? Auf dem Weg? Unsere Mädels. Wie ist denn Arbeit? Puh. Schöner Einsatz. Doch, doch, doch. Fällt mir. Hauptquartier. Oh, die sind schon weg. Gut, dann Einsatzabbruch. Hauptquartier. Und Einsatzabbruch für den anderen. Oder war der andere schon da? Boah, ist das jetzt gar nicht. Hm, egal. Das, nee. Hier ist ja der, das ist ja die beiden hier. Eins. Bus. Bus hab ich noch nie benutzt, glaub ich. Ich hab mir den einmal angeguckt, aber noch nie benutzt. So. Oh, jetzt sind wir mal weg. Da braucht er. Ja, bin unterwegs. Wird ausgeführt. Bin unterwegs. So, Leute. Hopp, hopp, hopp. Hier geht's um jede Sekunde. Wir wollen den Herzinfarkt. Da, dass es beim Herzinfarkt um jede Sekunde geht, wette ich mit euch. Einerseits ist es ein Intensivwett. Und andererseits geht's mit... Lalülala. So, hopp. Sag ich doch. Ins nächstes gelegene Krankenhaus. Feuerexplosion. Pauz, was denn da wird geflogen? Wache 2, Wache 4. Nach Alarmierung. Wache 3. Wache 2. Wache 3. In Bereitstellung. Wache 4 von hier oben. Kino scheint nicht mit Leidenschaft gezogen worden zu sein. So rum hat der Rettungswagen länger gebraucht. Ist der denn schneller, der... Das Neff kann sein. Es ist mal BUM und zwei Sekunden später schon die Sirenen. So war schon unrealistisch. Wache 2 ist draußen. So, du fährst direkt nach hier auf die Kreuzung und hast da dicht. Äh, HLF direkt vor das Gebäude. Drehleiter in Bereitschaft. Wache 3 wahrscheinlich nicht, dass ich das vermöden. Aber eigentlich müsste ich da auch erstmal rennen, um nach dem Rechten zu gucken. Also Drehleiterbesatzung unter PA ins Gebäude vor. Absitzen. Absitzen. Zwei Mann. Unter PA. LRF ist auf vor Ort. Sehr schön. Äh, die... Die sieht gleich mal aus. Die LRF-Besatzung sehe ich nicht. Fahr nach oben lang bitte. Wo du von oben kommst. So, und gleich unter PA. So, du. Komm jetzt da an. Ihr beide holt euch auch einen Schlauch. Nach hier so ungefähr. Du. Da ran. Legst den Verteiler. Kuppelst. Machst die Pumpe an und holst hier dann einen neuen Schlauch. Auch direkt an den Verteiler ran. Du. Mach hier. Drehleiterbesatzung ins Gebäude vor. Wird ausgefahrzeugt 22. Du stellst dich hier an die Seite. Fahrzeug 34 unterwegs. Fungleischangriff von hier. Wache 3 nicht benötigt. Gut. Sind wahrscheinlich gerade im Gebäude am Zufesten. Wache 3 Abbruch. Wache 10. Wache 4 Absitzen. Zwei mehr PA unter Schlauch. Und die beide auch Schlauch. Äh, du stehst ja gerade umgezogen. Werd ich kurz sagen. Du an den, du an den. So, Verteiler legen. Du kannst direkt die Pumpe starten. So, du schützt dich. So. Gut. Du kannst dich hier aufbauen. Und du kannst auch aussteigen. Wir brauchen noch irgendwas nehmen. Du sollst mich hier umziehen. Uh. Triller der Besatzung kann ich wieder umziehen. Der Krankentransporter ist auch gleich da. Ich guck mal genauer in welchem Gebäude. In dem, da komm ich von der Seite rein, ne? Ist richtig, ja. 18. So, dann stell dich doch mal. Du kannst eigentlich direkt hier so parken, ne? Wenn das geht. Zack. Sehr schön. Wunderful. Wunderful. Dann hol dir mal deine Trage. Ich find die grünen Klamotten übel geil, muss ich sagen. Find ich cool. Die grünen Klamotten. Höre. So, da hat er den. Hat er den, hat er die, hat er das. Hat er dies, hat er das, hat er nie. So, du kannst dann wieder dichter kommen. Ich werde jetzt mal mit dem da ein bisschen ins Feld stellen. Sorry, hier ist kein Durchkommen momentan. Fahrzeug 22. Ach ja. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich hab keinen Plan, wie lange ich schon aufnehme, ne? Aber. Es ist 19.07 Uhr. Das letzte Mal auf die Uhr geguckt, hab ich 18.35 Uhr oder so. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, wir sind unterwegs. Wir nehmen, glaube ich, schon jetzt, also seitdem ich's neu geladen hab, schon wieder ne Stunde auf. Das bedeutet, Leute, ist das jetzt noch nicht abgestürzt? Also, mir kommt das gerade, mir fehlt gerade der Absturz. Das ist was Ungewöhnliches. Fahrzeug 22. Fahrzeug 11. Geil. Wahrscheinlich stürzt nachher wieder ab, kurz bevor ich Schluss, sowieso Schluss machen will. Aber dann stört mich das ja auch nicht mehr so wirklich. Fahrzeug 50. Das find ich cool. Naja, so, wir wollen uns mal, Feuer, Peter, wo? Der LKW. Äh, direkt wieder anschließen. Ich hoffe, wir kommen so weit. Ist ja geil, Feuer wird direkt vor Ort. Fahrzeug 50 hört. Ist ja geil. So, dann hätte ich gerne noch ne Streife. Hotel. Hotel. Ist das geil. Das war gute Arbeit für dich. Ist ja geil. Kaum spricht man über das Thema, stürzt die scheiß Mod ab, Alter. Kaum spricht man drüber. Boah. Anderthalb Stunden jetzt laut Audiospur aufgenommen, aber ich sag mal so, ne Stunde aufgenommen insgesamt oder Stunde 15, weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber Leute, ich bin begeistert. Die Mod hat ewig lange durchgehalten. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge wir haben. Haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet den Aufdeck ein. Guti. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.